Beeindruckend. Also eigentlich alles drauf. Für mich ist DENTA Prime ein strahlendes Lächeln für die Zukunft, was ich gerne weitergeben werde. Und ich freue mich, wenn ich mal wiederkommen muss, dass ich herkommen darf. Ich bin seit meinem 13. Lebensjahr unglücklich mit meinen Zähnen, weil ich einen halben Schneidezahn verloren hatte. Das heißt, ich lebe seit über 30 Jahren mit Provisorien, die immer wieder abbrechen oder mit denen man nicht richtig beißen kann. Oder die Farbe stimmt nicht oder die Zahngröße stimmt nicht. Und hier hat man es geschafft, aufgrund von einem alten Foto meine Originalzähne von damals wieder zu konstruktieren. Also das bin ich. Und ich weiß nicht, aber ich glaube, ich strahle so ein bisschen von innen raus, weil ich bin so glücklich. Außerdem werden sie hier wirklich fortschrittlich behandelt. Also das ist Hightech, den kriegt man in Deutschland nicht. Ich habe es noch nie festgestellt. Und das Schönste ist, dass man während der Operation schlafen darf. Ich habe fürchterliche Angst. Und wenn man dabei schlafen darf, gar nichts mitkriegt und aufwachen, es ist alles vorbei, ist alles gut. Außerdem sind alle Mitarbeiter sehr nett und sehr kompetent, sehr freundlich und die nehmen einem alle Angst. Wenn man merkt, dass die Hände anfangen zu krampfen und man kriegt gleich Streicheleinheiten, sehr lieb. So viel Hightech und wirklich Professionalität habe ich in Deutschland noch nicht erlebt. Ich fühle mich sehr wohl. Es ist das erste Mal seit Jahren, dass ich mich wirklich wieder sicher und schön finde. Ja. Aber ja, ist das erste Mal. Vielen Dank.